Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Cuties von Maimouna Ducouré. Ohne das Netflix-Plakat hätte dieser Film bestimmt kein großes Aufsehen erregt. Er hätte ein paar freundliche Rezensionen erhalten und vielleicht hätten ihn ein paar mehr Leute gesehen auf der Streaming-Plattform, als wenn er im Programmkino gelaufen wäre. Aber etwas war entscheidend jetzt für den Skandal und auch dann für den Erfolg dieses Films, nämlich das Netflix-Plakat. Netflix hatte sich entschieden, ein Plakat zu kreieren, auf dem man die elfjährigen, etwa elfjährigen Protagonistinnen aus dem Film in sexualisierten, hypersexualisierten Posen sehen kann. Und so kam es dann zu einem Shitstorm. Nun, der Film, hieß es, sei ein Film eigentlich für Pädophile. Netflix sollte jetzt jeder anständige Bürger sofort deabonnieren. Das forderten erst Recht in den USA und die Rechten in Europa, die übernahmen diese Forderung dann sehr bald. Das war lange Zeit dann auch ein Trend bei Twitter, Cancelling Netflix. Nun, es ist schon amüsant, dass Rechte, die sonst sich als große Gegner der Cancel Culture inszenieren, plötzlich zum Boykott einer Plattform aufrufen, nur weil ihnen ein Filmplakat nicht behakt. Und Netflix hat ja auch sehr schnell dann doch reagiert, hat das Plakate zurückgenommen und auch eingeräumt, dass es ein Fehler war. Und ja, es war tatsächlich ein Fehler, dieses Bild ohne seinen Kontext zu Marketingzwecken einzusetzen. Denn das ist überhaupt nicht die Botschaft des Films, die da präsentiert wird. Aber davon wollten dann die Dauerempörten überhaupt nichts mehr wissen. Offenbar geht die Kulturleistung. Erst sich einen Film komplett anzusehen und dann zu urteilen, vielleicht sich auch dann darüber zu empören, vollkommen verloren. Das zeigte sich zuletzt auch schon bei der Diskussion um Otto, der Film. Da machte man sich auch nicht die Mühe, sich den gesamten Film anzusehen, um eine Szene wirklich in den entsprechenden Kontext zu setzen, sondern es reicht, eine Szene zu betrachten und schon ist der ganze Film für null und nichtig erklärt. Und hier hat jetzt sogar ein Filmplakat ausgereicht. Die einen suchen nach einem schändlichen Wort, die anderen nach einem unzüchtigen Bild. Die Handlung, die Kameraarbeit, die Nuancen in einem Dialog, der eigentliche Tonfall, der angeschlagen wird, die Grundbotschaft des Films, all das spielt keine Rolle mehr. Alles egal, es zählt nur die Aufregung. Interessant war, was sich dann in den asozialen Medien abspielte. Nicht nur das Filmplakat wurde dann von den Gegnern des Films permanent wieder gepostet, sondern man nahm auch weitere obszöne Fotostilts aus dem Film, baute GIFs und Memes daraus und das immer eben aus diesen elfjährigen Mädchen. Mit anderen Worten, jetzt wurden die minderjährigen Schauspielerinnen wirklich zu Objekten gemacht und zwar von jenen, die vorgaben, sie beschützen zu wollen. Auch wurde dann das Gezeigte sehr vulgär beschrieben. Die Aufregung verbarg dabei nur schlecht die Erregung. Wie lustvoll, doch die Kritiker sich am Kritisierten abarbeiteten. Es kann fatal sein, wenn man eine Szene einfach aus dem Kontext reißt. Stellen wir uns ein Vergewaltigungsdrama vor und man würde einfach sagen, man nimmt die Szene der Vergewaltigung und bringt sie ohne einen Kontext und spült sie in die sozialen Medien. Etwas ähnliches ist hier vorgefallen. Dass die Vorwürfe aus der rechten Ecke kamen, das ist erheiternd. Und man kann davon ausgehen, dass diese Leute vermutlich auch am liebsten die Gemälde von Balthus abhängen würden oder sie würden Nabukovs Lolita verbieten. Und man kann wohl auch sagen, sie würden sich vermutlich mit der Familie der Protagonistin ganz gut verstehen. Denn worum geht es denn in diesem Film? Es geht um ein kleines Mädchen, eine Elfjährige, die in Paris lebt, in ihrer Familie. Die hat einen senegalesischen Migrationshintergrund. Die Familie ist sehr traditionell. Sie ist streng muslimisch. Der Vater heiratet seine zweite Frau. Amys Mutter soll das still erdulden in Gebetskreisen. Da bekommen die Frauen erklärt, wie sündhaft die Welt ist, wie sündhaft aber auch die Frauen an sich selbst sind. Amy soll dann traditionelle Gewänder wie ihre Mutter tragen. Und es gibt auch in dieser Gemeinschaft keine weibliche Solidarität. Als Amy nach Hause kommt und plötzlich entdeckt, dass sie zum ersten Mal ihre Periode hat, da erklärt die Großmutter ihr erst einmal, dass sie mit elf Jahren schon verlobt gewesen sei. Und die Mutter hat nichts anderes zu ihrer Tochter zu sagen, wie jetzt wirst du zur Frau. Gegengelt wird sie von allen die Protagonistin. In ihrer Schule ist das so. Auch will man sie einer Teufelsaustreibung dann in der Familie unterziehen. Amy sucht irgendwie diesen Verhältnissen zu entfliehen und schließt sich den Mädchen aus ihrer Schule an, die irgendwie cool sind und die für einen Hip Hop Tanzwettbewerb trainieren. Diese Mädchen sind aber keine richtigen Freundinnen. Da spielt Gruppenzwang eine große Rolle. Zu Mutproben wird Amy angehalten. Ein Mädchen befreit sich aus einer repressiven Gesellschaft. So könnte eben so ein Feel Good Movie heißen. Und davon handelten ja auch viele Filme in den vergangenen Jahren. Immer wieder war da zu sehen, eine repressive Gesellschaft und dann einzelne in der Regel Frauenfiguren, die sich irgendwie aus diesen Gesellschaften befreien. Cuties geht nun über dieses Erzählmuster, das wir alle sehr, sehr gut kennen, weit hinaus, indem Amy quasi vom Regen in die Traufe kommt. Amy gelangt nicht in eine freie Gesellschaft, indem sie sich jetzt diesen Mädchen aus ihrer Schule anschließt. Die Unterdrückungsmechanismen sind jetzt neue, andere. Keine personifizierte Autorität wie die herrische Tantin ihrer Familie, die sagt, was zu tun ist, erblickt Amy jetzt, sondern stattdessen ist sie ausgeliefert dem Joch der Popkulturindustrie. Wenn die Familie kein Vorbild ist, sucht sich Amy ein anderes Vorbild. Doch was die Popkultur anbietet, das sind nur die Bilder der Pornoindustrie und der pornografisierten Musikvideos. Die Mädchen studieren dann ihre Choreografie ein. Dabei imitieren sie all diese pornografischen Posen, die sie aus den Videoclips so haben. Sie schauen sich auch Hardcore-Pornografie an, obwohl sie das Ganze überhaupt nicht einordnen sollen. Aber sie versuchen, diese Sprechweise zu übernehmen. Sie glauben, dass Frauen sich so verhalten müssen, wie das dort gezeigt wird. Sie fallen also dem Sexismus zum Opfer, teils aber im großen Maße unwissentlich. Denn vieles verstehen sie überhaupt nicht. Das zeigt sich in einer Szene ganz deutlich. Da finden sie ein Kondom und sofort entspinnen sich dann verrückteste Mythen und sie waschen sich dann nachher ganz, ganz rituell, um sich irgendwie vor Aids zu schützen. Das heißt, gezeigt werden soll hier, wie unaufgeklärt diese Mädchen sind. Sie sind eigentlich noch Kinder, aber sie üben solche Erwachsenenposen ein. Aber sie haben schon begriffen, dass wenn sie in dieser Gesellschaft etwas werden wollen, dann müssen sie nach der Logik der Aufmerksamkeitsökonomie funktionieren. Da heißt es dann, die haben aber viele Likes, wenn es um irgendwelche Mädchen geht, die sich in ähnliche Posen werfen. Oder man orientiert sich, auch dieser Name fällt an Kim Kardashian. Also wir haben hier schon sehr klar auch die Netzkultur vor Augen, die eben genau dieses Übertriebene liebt, die das Hypersexualisierte liebt. Der Film hält uns den Spiegel vor. Er zeigt eben durch diese Mädchen die Obszönität unserer Gesellschaft. Die Mädchen können in dem Alter selbstverständlich nicht reflektiert sein. Sie imitieren, was sie sehen. Und das kann man ihnen eben nicht vorwerfen. Und dass der Film das zeigt, das kann man dem Film auch wohl nicht vorwerfen. Aber dazu kommen wir gleich. Zunächst einmal zu dieser Frage der Nachahmung. Das ist ja etwas sehr Entscheidendes. Kinder ahmen einfach irgendwas nach. In den 90er Jahren war das üblich, dass kleine Jungs so getanzt haben wie Michael Jackson und sie haben dabei auch nicht an die sexuelle Konnotation dieser Posen gedacht. Vieles wird einfach unbewusst nachgeahmt. Aber generell ist Nachahmung etwas, was eben die Gesellschaft ausmacht. Der Soziologe Gabriel de Tart, der würde sogar sagen, die Gesellschaft ist Nachahmung. In seinem Buch von 1890, Die Gesetze der Nachahmung. Da schreibt er nicht über die großen Männer, die Geschichte machen, nicht die einzelnen Individuen interessieren ihn, sondern so kulturelle Praktiken, die übernommen werden, die leicht modifiziert werden und die sich dann eben ausbreiten. Und er sagt, alle Ähnlichkeiten sozialen Ursprungs, die der sozialen Welt angehören, sind Früchte jedweder Art von Nachahmung. Also der Nachahmung von Gebräuchen oder Moden durch Sympathie oder Gehorsam, Belehrung oder Erziehung. Und das ist etwas, was in diesem Film das große Thema ist. Was ahmen eigentlich Kinder heute nach? Und gerade wenn sie aus einer repressiven Gesellschaft kommen, wo suchen sie sich Dinge, die sie loslöst von dieser Gesellschaft? Aber was ahmen sie dann stattdessen nach? Und Tart beschäftigt sich auch sehr eingehend mit der Mode und er sieht in ihr auch in gewisser Weise eine zivilisatorische Kraft, weil eben mit der Mode dann eben das Individuum losgelöst werden kann, aus zum Beispiel einer repressiven Gemeinschaft, wie Amy in einer steckt. Er schreibt, Warum steigert sich notwendig dieses Begehren nach individueller Sichtweise, während die alten moralischen Grundlagen wie die Familie und die Religion immer mehr unterminiert werden? Der gleiche Grund, der die moralischen Grundlagen erschüttert, festigt die Individualität und deren Ausbreitung, nämlich jener auf unbestimmte Zeit beschleunigte Fortschritt der Übertragung und Zirkulation von Ideen. Dieser Fortschritt findet in einem ständig erweiterten Bereich, jenseits aller Mauern der Clans, Klassen, Konfessionen und Staaten statt. Die Ersetzung der Nachahmung von Gebräuchen durch die Nachahmung von Moden stürzt den Dünkel des Blutes und den Glauben an das Dogma und setzt zugleich die unwiderstehlich gewordene Macht der Meinung durch allmähliche Angleichung der Geister an deren Stelle. Wir sehen, dass der Tat hier eine positive Idee von dieser Nachahmung hat, dass es etwas Befreiendes hat. Aber er denkt selbstverständlich nicht daran, dass die Popkultur dann eben Dinge hervorbringen wird, wenn diese nachgeahmt werden. Dann ist das keineswegs eine prächtige Alternative. Und das verhandelt eben der Film. Das erleben wir in Cuties. Amy soll eigentlich die senegalesische Identität annehmen, das heißt nachahmen. Sie soll von ihrer Tante lernen, wie man mit einer Schüssel auf dem Kopf die Straße entlang geht. Und Amy sagt so ganz im Stellen ja, weil wir sind doch in Paris. Und jetzt gerät sie aber, indem sie sich davon losmacht, in eine neue Form der Unterdrückung. Nachgeahmt werden die pornografischen Bildwelten. Und der Film zeigt eigentlich eine große Ausweglosigkeit. Doucourie setzt auf eine sich ständig in Bewegung befindende Kamera dabei. Es wird ein naturalistischer Stil gepflegt, wie man es aus vielen französischen, ich nenne es einmal so, Problemfilmen kennt. In Die Elenden haben wir so etwas zuletzt gesehen. Aber es gibt auch ein bisschen Symbolismus. Da ist das traditionelle Kleid von Amy, das anfängt zu bluten, das sich bewegen kann. Aber das große Thema dieses Films ist eben die Nachahmung und auch wie verrückt, wie pervers die Gesellschaft ist, die sich als so liberal und frei darstellt. Das ist im Übrigen auch ein Thema eines anderen sehr erfolgreichen Films, der nicht für solche Schlagzeilen gesorgt hat, von Little Miss Sunshine. Nun, wie ist es aber jetzt mit der Darstellung? Das eine ist ja, das zu thematisieren, aber wie stellt man das nun dar? Und ja, diese Bilder, die da auf dem Plakat erschienen sind und dann auch in den sozialen Medien waren, die gibt es ja tatsächlich. Also die gibt es in dem Film zu sehen. Wie muss man sich dazu verhalten? Es gibt einen sehr, sehr wichtigen Aufsatz für die Filmtheorie von Laura Mulvey, der heißt Visuelle Lust und narratives Kino. Der stammt aus den 70er Jahren und die Autorin setzt sich dort kritisch mit der Schaulust im Kino auseinander. Und sie sagt, der Kinozuschauer wird eben zum Voyeur, der aus dem dunklen Saal heraus Frauen beobachtet. Und die Frau wird auf der Leinwand zum Objekt. Sie wird fetischisiert. Die Kamera übernimmt den männlichen Blick auf die Frau. Und dass dieser Blick männlich ist, das zeigt sich auch daran, dass in Hollywood-Filmen, sie bringt dann viele Beispiele, auch problemlos hin und her geschnitten wird zwischen dem scheinbar objektiven Blick des Regisseurs und dem sehr subjektiven Blick des Mannes. Wir kennen das beispielsweise aus Bond-Filmen, dass da Bond sich umdreht, der Sekretärin hinterher schaut, die auf den Pro blickt und die Kamera übernimmt diesen Blick, aber ohne, dass für uns dadurch ein Bruch entsteht. Sie schreibt Folgendes dazu. Tritt eine Frau in einer Handlung als Schauspielerin auf, wird auch hier der Blick des Zuschauers mit dem des männlichen Charakters im Film kombiniert, ohne die Wahrscheinlichkeit der Handlung zu beschädigen. Für einen Augenblick versetzt die sexuelle Ausstrahlung der auftretenden Frau den Film in ein Niemandsland außerhalb einer eigenen Zeit und seines Raumes. Zum Beispiel Marilyn Monroe's erster Auftritt in Fluss ohne Wiederkehr oder Lauren Berkels Lied in To Have or Have Not. Auf ähnliche Weise integrieren konventionelle Nahaufnahmen von Beinen, Marlene Dietrich, oder Eines Gesichts, Greta Garbo, Erotizismus in der Geschichte. Eine aktiv-passive heterosexuelle Arbeitsteilung hat die narrative Struktur ebenfalls kontrolliert. Der Mann kontrolliert die Fantasie des Films und tritt so in einem weiteren Sinne als Repräsentant der Macht hervor, als der Träger des Blickes des Zuschauers. Und der Mann kann, sagt sie, eben dadurch nicht zum Objekt werden. Nun hat sich das Kino seit den 70er Jahren verändert, im Übrigen schon kurz nach Erscheinen eigentlich des Aufsatzes, nämlich wenn wir uns dann die frühen Filme von Richard Gere ansehen, da sehen wir, wie ein Mann auch als Objekt ausgestellt wird. Oder denken wir an Robert Pattinson und Taylor Lautner in der Twilight-Reihe. Heute finden mir so etwas zuhauf. Aber wie ist es nun mit dieser Idee, dass wenn so auf die Frau geblickt wird, wir eben eine visuelle Lust haben, die bedient wird? Trifft das auch auf Cuties zu? Zunächst einmal muss man ja sagen, in Cuties gibt es nicht einen solchen männlichen Protagonisten. Männliche Figuren kommen nur ganz am Rande vor. Somit wird also der männliche Zuschauerblick ohne einen Träger alleingelassen. Der männliche Zuschauerblick hat keinen Träger innerhalb des Films. Aber wie ist es nun mit der Kamera? Nahaufnahmen von den Körpern der Mädchen, die gibt es ja zu sehen. Und das sorgte ja auch für den Skandal. Also werden hier weibliche Körper von Minderjährigen fetischisiert und als sexuell begehrenswert inszeniert. Ist es hier so, wie Marlene Dietrichs Beine, auf die Laura Mulvey verweist? Nun, die Kamera wird gänzlich anders verwendet als in einem alten Hollywood-Film. Und damit meine ich nicht, dass wir eine Regisseurin hier haben und dass eine Regisseurin schon deshalb keinen sexistischen Blick an den Tag legen kann. Natürlich kann sich auch eine Regisseurin einer sexistischen Kamera bedienen. Ebenso wie Männer ja auch Frauen filmen können, ohne sie dabei zu Objekten zu degradieren. Nein, Cuties erzeugt aus vier Gründen keine visuelle Lust. Erstens ist da die Narration. Die ist ganz auf die Mädchen konzentriert und auch ihr Blick auf die Welt wird übernommen. Das heißt, man begibt sich meistens auf Augenhöhe der Mädchen und blickt nicht auf sie herab. Zweitens, wenn die besagten Tanzeinlagen und diese Pornoposen kommen, blickt nicht die Kamera auf die Mädchen, weil das tatsächlich auch eben so etwas Neutrales, auch etwas Objektivierendes hätte, sondern wir sehen, wie die Mädchen sich mit ihren Smartphones filmen und wir blicken durch die Smartphone-Linse. Gezeigt wird vorwiegend, wie sich die Mädchen präsentieren. Wir sehen etwa Ausschnitte aus den Videos, die sie bei YouTube hochladen. Und es wird in einer Szene ganz deutlich, da tanzen sie auf so einer Treppe, so einen Aufgang, so einer Brücke und dort stellen sie erst einmal das Smartphone ab und dann sehen wir, wie sie dann diese Posen vollführen. Es ist also nicht der Blick der Regisseurin. Drittens, beim Tanzfinale ist es zwar anders, da gibt es nicht die Smartphone-Aufnahme, aber auch hier haben wir nicht einen vermeintlich objektiven Blick, sondern einen subjektiven, nämlich den des Publikums auf die Bühne. Und das Publikum ist zum einen fasziniert, das zeigt sich in der Jury, zum anderen aber auch abgestoßen, das zeigt sich an einigen Leuten im Publikum. Das heißt, auch hier haben wir eben nicht diese objektivierende Blickrichtung. Und viertens, keine Szene, die gezeigt wird, ist ohne Kontext. Es geschieht nämlich genau das Gegenteil, wie das, was wir in den sozialen Medien erleben mussten. Und es ist auch nicht wie in einem Film mit Marlene Dietrich von Josef von Sternberg, der ja sagte, am liebsten wäre ihm eigentlich, wenn man seine Filme rückwärts schauen würde, dann würde man nicht von der Handlung gestört werden, sondern könnte sich ganz auf die Figuren und natürlich auch auf die Beine der Dietrich konzentrieren. Genau so ist es in diesem Film eben nicht. Ducouré stellt nicht etwas aus, sondern bettet es in die Handlung ein. Sie zeigt zum Beispiel dann, dass Amy bei dem Finale plötzlich anfängt zu weinen und wegläuft. Also die Persönlichkeit ist hier das Entscheidende, nicht das Körperliche steht im Vordergrund. Man kann sagen, der Film ist eigentlich rechtartig. Er hat eine sozialpädagogische Botschaft, nämlich, dass man heute kaum noch gute Vorbilder findet, sondern dass wir eine Masse von furchtbaren Vorbildern haben in der Popkultur und wir eben Kinder haben, die jederzeit Zugriff darauf haben. Und da zeigt sich auch etwas sehr Grundsätzliches, wenn man mal an diese These denkt, dass alles Nachahmung ist. Wenn man auf der einen Seite möchte, dass sich jemand befreit aus einer so repressiven Gesellschaft wie eben dieser Familie, die dort gezeigt wird, dann muss man natürlich auch eine wirkliche Alternative anbieten. Und das ist etwas, was der Liberalismus allzu oft schuldig bleibt. Kurzum, Cuties ist kein obszöner Film. Obszön sind nur die Empörten. Sie schauen nur, aber sehen nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.